Hallo zusammen, mein Name ist Fabian Maieroni. Ich freue mich sehr, dass ich euch zusammen mit Ernst Born zum vierten Gipfeltreffen am 19. Januar im Neuen Theater in Dornach begrüssen darf. Wir haben wieder spannende Gäste, es gibt einiges, was sie uns aus ihrem Leben erzählen und es gibt natürlich auch wieder gratis Kaffee und Gipfeli. Also kommen alle am 19. Januar ins Neuen Theater in Dornach. Wir freuen uns sehr auf euch.